Wir von der Athenekom Akademie sind Mitglied im VDE, weil wir beide das Anliegen haben, eine faire, nachhaltige und digitale Zukunft des deutschen Mittelstands und der deutschen Verwaltung zu erreichen. In der Athenekom Akademie dreht sich alles rund um digitale Ökologien und das bedeutet für uns, es geht um die digitalen Infrastrukturen, das ist die basale Ebene, mit der starten wir sozusagen unser Fortbildungsprogramm. Das bedeutet auch eng mit dem VDE zusammen, dass wir Fortbildungen anbieten zu den Infrastrukturen, die wir haben, Breitbandinfrastrukturen, Mobilfunkinfrastrukturen und das Ganze geht ja auch bis in die Häuser hinein. Und diese Thematik unterstützen wir mit einem Fachprogramm. Breitbandausbau ist in Deutschland nach wie vor ein wichtiges Thema. Es ist die Basis, die infrastrukturelle Basis für alle Aktivitäten, die sozusagen jetzt und in der Zukunft noch wichtiger werden. Der deutsche Mittelstand profitiert von der starken Breitbandanbildung, genauso wie die Verwaltung. Und das ist eine Sache, die wir zusammen mit dem VDE uns anschauen und wir in der Akademie haben zusammen mit dem VDE das Thema der Fortbildung und der Qualifizierung von Fachkräften. Spannendes Thema, an das wir gemeinsam rangehen. Nachwuchsförderung ist nicht nur ein Thema im VDE, sondern es ist auch ein Thema bei uns in der Akademie. Eine wunderbare Schnittstelle und eine Synergie, aus der wir schöpfen können. Es geht nämlich um digitale Skills im 21. Jahrhundert. Wir sehen es gerade ganz massiv im Bereich der Schule. Aber es ist genauso wichtig für Fachkräfte und das Thema der ausländischen Fachkräfte, die in Deutschland auch den Infrastrukturausbau unterstützen und unterstützen werden. Digitalisierung findet nicht ohne den Menschen statt. Aus diesem Grund haben wir es uns in der Athenekom Akademie zur Aufgabe gemacht, auf die Skills des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Diesen Themenbereich bearbeiten wir gemeinsam mit dem VDE an der Stelle der digitalen Infrastrukturen. Für die Zukunft ist es umso wichtiger, zu gucken, was sind die Trends, die auf uns zukommen werden. Das wird sozusagen der Bereich der KI sein. Es wird aber auch beispielsweise das autonome Fahren sein. Und hier die Menschen abzuholen und in die digitalen Transformationsprozesse mitzunehmen, sie dort auszubilden und sie fortzubilden, ist eine wichtige Aufgabe, die wir gerne Seite an Seite mit dem VDE zusammen unternehmen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.